Willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir Fortnite, aber das ist heute nicht das Thema, denn ein Freund von mir hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass in meinem Overwatch-Video, das ihr natürlich jetzt auch angucken könnt, im Hintergrund Heavy Metal Musik zu hören ist. Und mein Freund hat mich darauf angesprochen und hat mich gefragt, ob ich denn wirklich auf solche Musik stehe und was es eigentlich soll und so. Und nein, ich stehe nicht auf solche Musik und dazu möchte ich noch sagen, Leute, wenn irgendwas ernst ist auf meinem Kanal, dann höchstens das 50-Abonnenten-Special, wo ich mich bedanke bei euch und alles. Das war eigentlich das Einzige, das ernst ist auf diesem Kanal und dieses Video natürlich. Ich möchte nicht, dass ihr mich zu ernst nehmt, weil ich hier wirklich gar nichts ernst meine und das eigentlich alles nur purer Sarkasmus ist und weil ich es einfach witzig finde. Ich habe die Heavy Metal Musik eigentlich eingefügt, weil ich es extrem lustig fand, weil ich weiß auch nicht, was ich mir jetzt gerade so gedacht habe. Ich fand es einfach nur extremst witzig und ich finde es immer noch lustig, also es ist einfach so komplett unpassend und deswegen finde ich es glaube ich am meisten lustig. Auf jeden Fall, macht euch kein falsches Bild von mir, ich stehe nicht auf solche Musik. Ja, ich bin Antlex, haut rein meine Freunde und auf Wiedersehen.